Es gibt Spieler, die sehen schon mal häufiger die gelbe oder rote Karte. So oft, dass sie dort drin sogar einige Weltrekorde für die Ewigkeit aufstellten. Sergio Ramos hält mit 235 gelben und 26 roten Karten den Kartenvereinsrekord bei seinem ehemaligen Klub Real Madrid. Der Kolumbianer Gerardo Beduglia hält mit 42 roten Karten in 637 Profi-Partien den Weltrekord für die meisten roten Karten in der Geschichte des Fußballs. Aber es gibt einen Kartenrekord, wo Ramos und Beduglia vor Neid verblassen werden. Denn keiner von ihnen hat es jemals geschafft, in einem einzigen Fußballspiel gleich drei gelbe Karten zu sehen, ehe man danach vom Platz geflogen ist. Was schon vom Regelwerk her absolut unmöglich ist, hat ein Kroate geschafft, das Unmögliche möglich zu machen und hat in einem Spiel gleich drei gelbe und eine rote bekommen. Wer das war und wie er es geschafft hat, gibt es im heutigen Video. Also bleibt dran. Um diese Frage zu klären, müssen wir erstmal in den Sommer 2006 nach Deutschland reisen. Die 18. Ausgabe der Fußball-Weltmeisterschaft ist voll im Gange und jede Nationalmannschaft träumt davon, irgendwie ins Achtelfinale zu gelangen. Es gibt kaum WM-Gruppen, wo schon nach zwei Spieltagen entschieden wurde, wer das Ticket für das WM-Achtelfinale erhält. Die Gruppe E mit Italien, Tschechien, Ghana und die USA war noch mega offen und jeder hätte noch die Chance weiter zu kommen. Genauso auch die Gruppe G mit der Schweiz, mit Südkorea, Frankreich und Togo war vor dem dritten Gruppenspieltag noch nicht entschieden und bis auf Togo hatte jeder noch die Chance weiter zu kommen. Auch zu einer der spannendsten Gruppen bei der Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland war die Gruppe F mit den damals amtierenden Fußball-Weltmeister Brasilien, Australien, die seit 1974 wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten und aktuell echt mega in Form sind und Japan, die als amtierender Asia Cup Champion zur WM gefahren sind. Aber ein Mittelpunkt in unserem Video wird die Nationalmannschaft der Kroaten sein, denn nachdem sie gegen Brasilien drei Punkte liegen gelassen haben und gegen Japan 0 zu 0 unentschieden gespielt haben, müssen gegen Australien drei Punkte her, damit man überhaupt das WM-Achtelfinale erreichen kann. Am 22. Juli 2006 um 21 Uhr ist es soweit und der Gruppendritte Kroatien trifft auf den Gruppenzweiten Australien im Stuttgarter Gottlieb-Dalmar-Stadion. Die Ausgangslage ist klar. Wenn Kroatien gewinnt, zieren sie ins WM-Achtelfinale ein und Australien nicht. Wenn aber Australien gewinnt oder zumindest ein Unentschieden rausholt, ist Kroatien in der Vorrunde ausgeschieden und Australien ist weiter. Für Kroatien gab es keine andere Option. Man muss gewinnen. Entsprechend forscht begannen die Kroaten das Spiel und gingen schon in der dritten Spielminute durch ein Freistoßtor von Darius Rina aus 22 Meter Entfernung in den Kasten der Socceroos. Fünf Minuten später gab es eine brenzlige Situation im Strafraum der Kroaten. Simonic klammerte sich am Australier Vidoak, doch der unparteiische der Partie Grahampur ließ weiterspielen. In der Folge waren die Australier die tonangebende Mannschaft und nahmen die kroatischen Offensivspieler aus dem Spiel. In der 38. Spielminute gab es einen Elfmeter gegen die Kroaten, weil der Verteidiger Thomas bei einer hohen Flanke mit der Hand zum Ball ging. Craig Moore verwandelte den Strafstoß und man geht mit einem 1 zu 1 in die Halbzeitpause. Nach der Pause geben die Karrierten direkt Gas und sind für keinen schmutzigen Zweikampf zu schade. In der 57. Spielminute schießt Herr Tarnan Niko Kovac aus 20 Metern einfach mal drauf und trifft zur 2 zu 1 Führung für die Kroaten. Nun wurde die Partie hochdramatisch und zu einem offenen Schlagabtausch. Die Offensivspieler der Australier wurden wie schon im ersten Durchgang zunehmend stärker und die Kängurus machen in der 79. Spielminute den Ausgleich. Anschließend wurde das Spiel zu einem Kartenfest. 6 Minuten nach dem Ausgleichstreffer erhält der Kroate Dario Simic die gelb-rote Karte, nachdem er einen Australier bei einem Konter vor den Beinen holte. Es dauerte nur ein paar Minuten bis Graham Poole in der 87. Minute wieder eine Ampelkarte zeigen musste. Aber dieses Mal für den Australier Brett Emerton, der nach einem wiederholten Foul vom Feld gehen musste. Dann, kurz vor der Nachspitzzeit wird es richtig chaotisch. In der 90. Minute erhält Josep Simonic wegen eines Foulspiels an gleich 2 Australier den gelben Karton. Schon die zweite gelbe Karte für den Herr Tarnan in dieser Partie. Folglich müsste Simonic, wie es im offiziellen Regelwerk drin steht, den gelb-roten Karton erhalten und vom Feld verwiesen werden. Jedoch zu verwundern viele aufmerksame Zuschauer kam Josep Simonic vom Schiedsrichter Graham Poole weder die gelb-rote Karte und weder musste er das Spielfeld verlassen. Was schon echt verrückt klingt, wurde dann sogar noch getoppt. In der vierten Minute der Nachspielzeit erhält Simonic wegen Meckern die dritte gelbe Karte in einem einzigen Fußballspiel. Aber dieses Mal wurde der Fehler wieder glatt gebügelt und erhält die verdiente gelb-rote Karte und musste das Spiel frühzeitig verlassen. Das WM-Kruppenspiel war dann Sekunden danach zu Ende. Kroatien und Australien trennten sich 2 zu 2 unentschieden. Australien kommt als Gruppenzweiter erstmals ins WM-Achtelfinale und Kroatien schied das zweite Mal in Folge in der Gruppenphase aus. Aber die eigentliche Frage, die sich am Ende des Spiels stellte, ist wie es zu diesen gravierenden Schiedsrichterfehler kam und wie es auch am Ende niemandem aufgefallen ist. Der Grund, wie es zu diesem sehr dummen Fehler vom erfahrenen englischen Schiedsrichter Graampool kam, war, dass er ihn mit einem Australier verwechselt habe. Josep Joe Simonic spielte zwar für die kroatische Fußballnationalmannschaft, ist allerdings am 18. Februar 1978 in der australischen Hauptstadt Canberra geboren. Da Josep Simonic gleichzeitig einen australischen Akzent hat, hat Graampool, als er seine Stimme gehört hat, an einem Australier gedacht und nicht an einem Kroaten. Und hat deshalb die zweite gelbe Karte beim australischen Gegenspieler Greg Moore vermerkt und nicht beim Kroaten Josep Simonic. Graampool, der 2005 das UEFA-Pokalfinale zwischen Sporting und ZSK Moskau pfeifen durfte, hat nach diesem historischen Patzer seine aktive Karriere als Schiedsrichter an den Nagel gehangen und hat danach kein einziges WM-Spiel als Unparteiischer geleitet. Was ist eure Meinung? Kann dieser Rekord irgendwann mal getoppt werden? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Rein theoretisch ist es durch Elfmeterschießen möglich, denn wenn du während des Elfmeterschießen eine gelbe Karte erhältst, aber schon am 90. schon eine gelbe hattest, wirst du nicht vom Feld verwiesen, weil ab dem Elfmeterschießen die erste gelbe Karte in den regulären Spielminuten nicht berücksichtigt werden. Erst wenn du dann im Elfmeterschießen wieder gelb holst, musst du gehen und hast somit eigentlich in diesem Spiel drei gelbe Karten geholt. Ob es möglich ist, wissen wir es nicht, aber Ramos, häng dich rein, vielleicht holst du diesen Rekord auch noch. Wenn euch noch interessiert, warum es in Rumänien zweimal den gleichen Fußballklub gibt oder was die besten Fußballspieler von jeder Nationalmannschaft Afrikas ist, dann klickt oben links oder unten rechts in der Endcard. Hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, um kein Fußballvideo mehr zu verpassen. Das war's für ein Video, bis zum nächsten Mal und ciao.